Sooo, da geht's auch direkt weiter. Ich hab mal kurz einen Cut gemacht. Molotow, wie viel das ist? Oh, du kleiner Hund. Und wo kam der hergeschossen? Mutterbähre. Jetzt schauen wir uns mal um hier. Los, Jungs. Ich hab's in die Knie. Hier kommt keiner mehr durch. Kinderwagen. Oh, hallo. Brauch ich nicht, brauch ich nicht, brauch ich nicht. Ich hab noch. Scheiß, Kuhle. Ich hab' die gesessen. So, jetzt müssen wir nur... Ich hab' keinen Bock, darunter zu gehen. Oh, Power-Rüstung. Das Schloss krieg' ich nicht auf. Der kommt irgendwann hergeschossen. Alles klar. Komm ich in das System rein, bitte. Place. Ein Treffer, das heißt irgendwas mit S0 Treffer. Äh, L. Null-Treffer. Ghost. Ein Treffer. Flask auch nicht. So, kann man das System einfach irgendwann hacken. Also, irgendeinen von denen, den ich vorher nicht hatte, das heißt, es wird das F sein F-A-T. Oh, nee. Auch nicht. Ja. Ja. Geht doch. Gut, ich sag' ich. Äh. Einhalten aktivieren. Persönlichkeit auf. U-Bahn-Begleitung. Aktivierung. Protektron. Zu Diensten. Ja, schieb' deinen Hintern da weg, du blöder Protektor. Oh. Ich glaub', der hat seine letzte Fahrt gemacht. Das ist so ein Fest-Aid-Kit. Das hat mich doch nicht erinnert, dass ich da nicht dran komme. Ah, wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Okay, hier komm' ich auch nicht weiter. Jetzt müssen wir schauen, wie komm' ich denn jetzt? Äh, gemein weiter. 49 Meter. In die Richtung auf jeden Fall nicht. Da geht's irgendwo lang. Wie, dat war's schon. Äh, Max-Verkapazität. Oh, Leder aus dem Lechterarm und dem Lechterarm. Das könnte eigentlich ganz gut werden. Gerollte Posten. Äh. Besen... Milch ist... Pömpel... Klebeband. Okay. Rüstung. Ja, plus auf jeden Fall. Plus. Ja, gekocht, dat ist... Dat bringt nix. Puh. So. Recht und Ordnung haben sich durchgesetzt. Hallo Bürger, bitte zeigen Sie Ihre U-Bahn-Marke vor. Kriminelles Verhalten bestätigt. Täter würden entfernt. Okay. Tagebuch, Fagman, Patronen, Linke A. Ne, sonst eigentlich... Nichts. So, Jet, Superkleber, Schere. Können wir da alles irgendwie verwenden. Rufa. Rufa, Rufa. Na, weiter unten. Okay, irgendwo oberhalb. Gesch... Äh... Löscher... H-Klammer heißt es, äh... Träume, hier brauche ich auch nicht. Schauen wir mal, wie sicher der Bereich hier ist. Burn, burn, burn. Burn, burn, burn. Achtung Bürger, Sie können nun wieder Ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. ach mein freund ist auch hier mein freund es sollte jetzt eigentlich alles sicher sein mission sagt auch alles sicher dann wird es wohl zu sein weis los schau mal der von uns möchte barbara 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 terror unter meine freunde nicht schlafen da oben holle will sehen level 10 sind wir eigentlich schon ganz unten ne warum mal rein jetzt schon erstmal da hinlaufen zur polizeistation um die mission abzugeben die eine und dann gehen wir die andere ab so hier war ein tor schon gewundert und also hier 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 auch so viel über die fehler der vergangenen jetzt auch in den euch verhindern können sie zu wiederholen hatte ich dafür eine belohnung hat mich ermächtigt sich zu entschädigen Sag doch was, verdammt noch mal. Nö, ich lass dich jetzt schmorren, mein Freund. Bestätigt. Na, das ist doch mal ne nette Überraschung. Hier, nimm das. Ben, melde dich jetzt bei Pallet. Ne, jetzt muss ich noch für ihr das Zeug suchen. Ähm. So, beim Super Dupermarkt. Super Duper. Lass uns mal das Ding suchen. Super Dupermarkt. Na ja, klar, das ist... Trotzdem hab ich den schon gefunden, den Super Dupermarkt. Blutgill versaugen im Fall nicht nur das Blut aus, sondern schießen noch häufig. Damit sie ab... Äh... 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 Ekelhaft. Oh, man kann die sogar drehen. Miu. Gefällt mir. So, ab in den Super Dupermarkt. Schauen wir uns, was uns da jetzt noch Schönes erwartet. Und ich muss auch mal für den heutigen Tag bei meiner Aufnahmesession zu Ende machen. Jetzt kommen wir zu gar nichts mehr. Zu gar nichts. Servus. Ich will nur so ein paar Dinge abholen. Ist jemand anwesend? Hallo? Schnapsglas. Ja, dat war klar. Schubs nicht. Hm? So, erklär mir einer, wo der herkam. Du kannst es nicht mir sagen, ne? Alles klar. Wie ausverkauft. Ey, da dachte ich... Blüte Einkaufsfagen. Stress hier nicht rum. Servus. So, der Hund ist der Tank hier. Burn, burn, burn. Hundi, komm her. Alles klar. Ja, kalibriert. Joa, linkes Bein hab ich. Leichtbar brauch ich nicht jetzt unbedingt. Kronen gucken sind immer gern genommen. Ja, das ist ein bisschen... Ach, scheiß drauf. Oh, eh nicht. Nur lieber ein paar Kronen gucken mit. Nee, Jungs. Alles klar. Alles klar. Kohlfleisch zum Mittag. Und die gibt's auch. Und die gibt's auch. Mit den Haktkabel. Der, 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 der. Ach ja. Gut, dass du mit ein paar Kronen gucken gibst. Ich kann ja ein bisschen Militien von der Warnung verbrauchen. Bad, dad, dad. Stealth-Boy, ja, Klammer. Nehmen wir auch mit. Schön auf dem Boden liegen bleiben hier. Gar nicht frech werden. Ja. Und ich will da rein. Da. Oh, na, ich trag zu viel. Now, in Wetter. Hilfsmittel. Könnt's erstmal ein bisschen was reinkloppen. Mais, Melone, Metas. Was ist jetzt weg? So, ciao. Da, 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 da. Wir können auch nach unten gehen. Oh, sind wir denn hier nettes? Hallöchen.